Judentum mit Ravi Guten Abend Bevor wir heute mit unserer Shio anfangen, ich wollte sehr kurz den Tag auch kurz erwähnen, da heute ist die erste Jahrzeit von unserem lieben Freund Rabiner Benjamin Wolf, der von uns vor genau einem Jahr genommen wurde. Wir werden ihn nie vergessen und möge Gott, dass die kommenden Wörter, die Tora, die wir zusammen lernen werden, werden auch für seine Ilune Shama, für seine Seele auch gewidmet sein. Unser Wochenabschnitt ist doppelt. Wir lesen nicht nur eine, sondern zwei Wochenabschnitte. Der erste ist Tazriah und der zweite ist Metzorah. Sehr, sehr ähnliche Wochenabschnitte, die am meisten, also am meisten Jahre zusammengelesen werden. Und diese Wochenabschnitte beschäftigen sich mit sehr, sehr komplizierten Themen, die am meisten für die Koanim eine Rolle spielen. Was ist das genau? Dann erzählen wir in kurzem Überblick. In diesen Tora-Abschnitten werden hauptsächlich verschiedene Formen von Zarat, also Ausschlag, beschrieben. Sie entstehen, wie die unsere Kommentaren erklären, wenn wir, also wenn ein Mensch Klatsch verbreiten oder El-Shonara redet, was natürlich verboten ist. Außerdem werden bestimmte Kleidung Zarat bzw. Kleidung Verfärbungen beschrieben, die Kleidung Zarat benannt. Und dann später wird auch in unserem Wochenabschnitt die Fähle von Hauszarat, also bestimmte Steinverfärbungen auch beschrieben. Und auch wie ein Mensch mit Zarat rituell gereignet wird, wie wird das genau in der Tat funktionieren. Und was sind auch die Symptome und die Gesetze von solchen Ausschlägen. Was ist eigentlich passiert, wenn ein Mensch Ausschlag hat? Es muss dann, erklärt uns die Tora, es muss dann geprüft werden, ob es ein ganz normaler Ausschlag ist, ohne Konsequenzen. Oder ein Ausschlag, Zarat, wie die Tora das nennt, die eine rituelle Reinigung braucht. Und es konnte mit drei Fählen passieren, wie wir gerade erklärt haben, wenn ein Mensch auf seiner Haut Ausschlag hat, wenn der irgendwelche Verfärbungen auf seiner Kleidung sieht und wenn er das auch an den Wänden des Hauses sieht. Und man muss es auch verstehen, dass diese Geschichte, diese Situation für die Mensch, sie sind ganz, ganz dramatisch. Wenn der selber auf seine eigene Haut Zarat, Ausschlag hat, Er muss dann in Quarantäne eine Woche oder eine bestimmte Zeit verbringen. Im Gegenteil zu unserer Corona-Quarantäne, die wir im vergangenen Jahr auch sehr, sehr gut kennen. Er bleibt nicht zu Hause, sondern er verließt die Stadt. Michutzlamacher, ne? Er darf nicht in der Stadt bleiben. Und er muss auch allen Menschen Bescheid geben oder informieren, dass er Tameh, der ist rituell unrein geworden ist. Und alle Menschen musen von ihm wegbleiben oder bestimmte Abstande auch haben. Wenn er auf seine Kleidung sind, dann geht er wieder in der Quarantäne. Und wenn es nach einer Woche ihm noch so ist, er muss seine Kleidung verbrennen bzw. entsorgen. Und wenn er auf seiner Hauswände passiert ist, er muss manchmal sogar sein Haus komplett abriesen. Und klar, natürlich erfordert eine solche Situation, eine solche Frage, eine strenge und sorgfältige Prüfung, ob es tatsächlich diese rituelle Unreinheit, dieser Zarat oder ganz einfache Ausschlag, die bei Menschen manchmal kommt. Aber die komische Sache ist, was sehr, sehr außergewöhnlich ist, wer sollte so eine Entscheidung treffen? Das ist doch eine schicksalhafte Entscheidung, die man treffen soll. Und wir konnten denken, und ich werde es vor allem erwarten, dass es muss ein Professor mit einer langjährigen Erfahrung oder einem Autarzt, der sehr, sehr gut seine Arbeit kennt, und er wird der Einzige, der solche Entscheidungen treffen kann. Aber der Tora sagt uns was ganz anderes. Keine Autarzt, keine Professor mit langjähriger Erfahrung, keine große Rabbiner sogar, sondern ein Koen. Es musste nicht der Koen Gadol sein, der hohe Priester, sondern jeder Koen, jeder Priester. Auch wenn er nur gestern sein Praktikum als Koen begonnen hat. Auch dieser Koen, er kann seine Entscheidung, seine schicksalhafte Entscheidung treffen für den Mensch. Nur er kann diese Diagnose geben, der der Mensch manchmal sein Leben komplett auseinander, also komplett stört und zerstört. Sein Haus wird abgerissen, seine Kleidung wird verbrannt, er muss dann die Stadt verlassen, er wird es beschämt. Wieso? Das ist doch eine, es muss eine strenge und sorgfältige Prüfung sein. Und wieso geben wir diese Entscheidung an jeder Koen, auch wenn er sehr, sehr jung und unprofessionell und ganz ohne Erfahrung ist. Und das ist keine einfache Entscheidung oder einfache Untersuchung. Die Mishnah erzählt uns, dass es gibt 72 Formen von Zarat, von Ausschlägen und man muss alles sehr, sehr gut kennen, um diese Entscheidung zu treffen. Dann nochmal die Frage, warum der Koen, warum nur der Koen kann sagen, dieser Mensch ist Tame, ist rituell unrein ist und er muss sein Haus verlassen. Und ein anderer Rabbiner, der alle Alachot und alle jüdischen Gesetze sehr, sehr gut kennt, kann diese Entscheidung nicht treffen. Oder sogar an einen großen Arzt. Dann lasst uns mal daran denken, wie entsteht überhaupt eine Zarat, eine Ausschlag. Laut die Beschreibung in der Tora, dieser Ausschlag, diese Krankheit, dieses nicht in der medizinischen Literatur bekannte Krankheit ist. Man kann nicht zum Apotheke gehen und dafür irgendwelche Medizin auch bekommen, sondern das ist eine spirituelle Sache. Und wir glauben, dass wenn der Mensch irgendwas nicht gut gemacht hat, hat als Belöhnung sozusagen, als Konsequenz auch diese Zarat, diesen Ausschlag bekommen. Das beste Beispiel dafür wäre Mirjam, der allererste Geschichte, der allererste Fall mit Zarat, die wir in der Tora finden. Mirjam war doch die Schwester von Moshe und Aaron, Moshe, der Anführer Israel und Aaron, der Ostpriester, der erste Koen. Und sie wurde bestraft, kurz nach dem Auszug aus Ägypten und sie hatte einen Zarat, einen Ausschlag bekommen. Sie wurde untersucht und es wurde auch gepufft, dass sie doch eine rituelle Unreinheit bekommen hat. Und weil, erklärt uns Rashi und viele Kommentare, weil sie die schlechte Zunge, weil sie negativ über ihre eigene Bruder Moshe gesprochen hat. Sie hat etwas über seine Frau gesprochen, gesagt und als Strafe dafür, sie musste dann sieben Tage in Quarantäne dann sitzen. Und alle Juden mussten dann warten, bis sie dann raus gehen durften. Nochmal aber, wer konnte diese Entscheidung treffen, ob sie doch eine Zarat hat und dann gelten alle Gesetze, die wir vorher gesagt haben? Nur der Koen. Kommt nochmal die Frage, es sollte doch eine strenge und sorgfältige Entscheidung sein. Wir sollten nicht jeder dafür nehmen. Wir sollten nicht jeder dafür vertrauen, sondern es muss ein zuverlässiger Mensch, ein Autarzt, Arzt oder ein großer Rabbiner, ein großer Professor. Warum kann jeder Koen so eine schwere Entscheidung treffen? Eine ähnliche Frage finden wir fast täglich. Jeden Tag sagen wir in unserem Morgensgebet, dass die Koanim, unsere Priester, die in Betamikdash, in dem Tempel gearbeitet haben, haben eine sehr, sehr große Privileg, beziehungsweise eine sehr, sehr große Eigenschaft, die auch andere Juden, andere Menschen segnen können. Segnen und die haben diese Power, diese Superpower, dass die anderen Menschen auch segnen können. Das ist sehr, sehr schwer zu verstehen. Die müssen nicht großer Gelernte werden. Die müssen nicht großer Tzadikim werden. Koanim ist doch genetisch. Wenn mein Vater Koen war, ich bin auch ein Koen und dann kann ich jeder andere segnen. Und eine ähnliche Frage kommt, wie können Koanim, egal welche, segnen? Wieso haben nur die diese Superpower und nicht anderen? Es gibt einen sehr, sehr berühmten Witz über eine Jude, der zu seinem Rabbiner kommt und er sagt ihm, bitte, ich möchte ein Koen werden. Sagt der Rabbiner, oh, solche Frage habe ich noch nie bekommen. Tut mir leid, aber Koen kann man nicht werden, sondern wenn du ein Koen bist, du bist ein Koen, wenn nicht, wir können, es gibt nichts, das wir machen können. Er sagt, nein, das kann nicht sein. Dann versucht er irgendwie, der Rabbiner zu überzeugen. Er sagt, okay, ich bin doch ein wohlhabender Mensch. Ich werde für viele Familien in der Gemeinde, viele bedürftige Familien, auch viel Geld spenden. Dann lass mich bitte aber ein Koen werden. Der Rabbiner sagt ihm, nein, bitte nicht. Und er kommt jeden Tag und stellt noch mal die Frage, darf ich oder kannst du bitte mir ein Koen machen? Nach zwei oder drei Wochen, der Rabbiner hat schon kein Geduld mehr und stellt ihm die Frage, warum aber, warum möchtest du überhaupt ein Koen werden? Sagt er der Mensch ganz einfach, es ist doch in meiner Familie, mein Vater war ein Koen. Mein Großvater war ein Koen. Ich möchte auch ein Koen werden. Aber ein Koen zu sein, es kommt automatisch. Das ist eine genetische Sache. Wenn der Vater, wenn der Großvater Koen war, dann bist du automatisch ein Koen. dann kommt, die Frage ist noch größer dann, wieso kann nur der Koen eine Entscheidung, eine so schicksalhafte Entscheidung treffen, der keine andere Arzt oder Rabbiner treffen kann? Und dann die zweite Frage, die wir nachher gestellt haben, wieso können nur die Koanim andere Menschen segnen und nicht jeder? Wieso haben diese Superpower nicht andere? Um das zu verstehen, dann gehen wir etwas tiefer zu die Bedeutung oder zu der Eigenschaft dieser Definition was ist ein Koen? Die Koanim, die haben immer einamtlich in der Tempel in Betamikdash gearbeitet. Jeder Koen, egal welche, hat sein Leben für die Juden gewidmet. Nicht um Belohnung zu bekommen, er kriegt kein Geld dafür, sondern er tut alles für andere Juden, für andere Menschen. Und nur so ein Mensch kann wirklich so eine schwierige Entscheidung treffen. Diese ganze Idee finden wir mit einem Wort in der Tora. Steht, wo wir sehen auch, dass die Koanim, die Priester auch segnen können, das ist nicht nur eine Möglichkeit, die die auch das nützen können oder nicht, eine Privilege, sondern die werden auch gezwungen, die werden auch befohlen, das zu benutzen. Die sagen sogar eine Bracha, Baruch ata Hashem, Elokei ne-Melech ha-Olam, Hashem, Gishanu, Bezivanu, le-Varechet amo Yisrael be-A-A-A-Va. Dass Gott uns befeilt hat, sein Volk Yisraels mit Liebe mit Liebe zu segnen. Mit Liebe. So ein Wort, so ein Befehl, so ein Gesetz finden wir nirgendwo in der Tora. Wir sind nicht gezwungen, Tfilin zu legen mit Liebe. Wir sind nicht gezwungen, Tzedakah zu geben mit Liebe. Oder die vier Arten am Sukkot oder Mazot zu essen mit Liebe. Nur die Koranim sind gezwungen, die anderen zu segnen, mit Liebe aber. Was es genau bedeutet? In Al-Acha steht, dass wenn ein Korin in der Synagoge ist und er ist der einzigste Korin in der Synagoge und kommt der Zeit bei dem Musaf-Gebet, wo er vorne stehen soll und die Anwesenden auch zu segnen, aber die hat ein kleines Problem. Es gibt 500, 600, 1000 Anwesenden und einer davon ist sein Feinde. Er mag ihm nicht. Er darf nicht mehr vorne stehen und die Anwesenden zu segnen. Weil steht mit Liebe. Wenn er das nicht ernst sagen kann, ich segne die Menschen mit Liebe, er darf das nicht mehr machen. Weil das ist die Hauptsache bei einer Korin, dass der empathisch ist, dass der empfindlich ist, dass er macht das mit Liebe, nicht um Geld, nicht um Belohnung zu bekommen. Das ist ein Korin und nur so ein Korin kann so eine schwere Entscheidung, der das Leben von der Mensch komplett zerstören konnte. Das sollen schwere Konsequenzen folgen. Nur ein Korin wird daran denken tausendmal, bevor er diese Entscheidung trifft. Keine Rabbiner, kein Arzt. Es konnte auch sein, dass die wissen mehr, dass die haben mehr Erfahrung, aber die werden sachlich sein. Die werden nicht mit Empathie den Menschen auch betrieben. Dann beenden wir eine kurze Geschichte. Es kam mal der Hafez Bekommen, um ihn als Gast zu haben. Und die Frau kann man oder die ganze Familie haben schwer gearbeitet, um das Essen für Schabbat zu vorbereiten, weil nicht jeden Tag kommt der Hafez Haim zu Besuch. Und am Vorabend von Schabbat kommt der Gastgeber mit der Hafez Haim nach Hause. Haus ist wirklich schön geworden. Alles steht schon bereit, aber dann merkt er, dass die Halot sind nicht bedeckt. Die Halot müssen natürlich während der Kiddush bedeckt werden. Und er hat sofort gedacht, oh Gott, der große Rabbiner wird denken, dass wir ignorant sind, dass wir kennen diese Seminar, diese Brauch nicht. Dann ruft er seine Frau und schreit, du kennst doch nicht die Minag, wir tun das jede Woche, die Halot müssen bedeckt werden, warum hast du es nicht getan? Die Frau war komplett, hat fast geweint und sofort gegangen, um diese Bedeckung zu bringen. Und dann stellt der Tzadik eine Frage an der Gast Geber. Du kennst doch der Minag, ne? Warum bedecken wir die Halot? Weißt du? Er war sehr stolz, na klar weiß ich. Während der Kiddush normalerweise essen wir das Brot zuerst, aber weil wir die Kiddush zuerst machen, müssen wir die Halot bedecken, damit die nicht eifersustig oder die werden sich nicht schämen. Sag der siehst du, die Halot die können sich nicht schämen. Die sind, das ist Essen, die haben keine Gefühle und trotzdem machen wir es, weil wir wollen keine Risiko nehmen, dass irgendwas oder irgendwann wird irgendjemand beschämen. deine Frau aber, wenn wir mit der Halot so umgehen, was sollst du dann über deine Frau sagen? Lass uns wirklich uns wünschen, dass diese Eigenschaft das war wirklich eine eine die großartige Eigenschaften, die unser lieben Rabbiner Wolf hat. sehr mit seiner Empathie, mit seiner Empfindigkeit und das können auch so viele Menschen auch beweisen und sagen. Lass uns wirklich, dass er an uns denkt und betet und dass wir schnellstmöglich auch Mashiach empfangen können und wir werden uns alle da auch wieder sehen. Shabbat Shalom. H H H H H H Untertitelung des ZDF, 2020